Darunter aufnehmen. Genau. Jetzt warte. Warte, bis der Sturm da durchgeht. Genau. Genau im richtigen Moment geschafft. Ja, ich hab ein bisschen Timing gefüllt, habe ich ja schon. Echt? Ja. Zeig das doch mal. Na komm. Nicht mehr viel und wir haben es geschafft. Sache du zerbrichst meine remote Fernbedienung. Irgendwas war da nicht in Ordnung. Der Roboter war komisch. Alter. Der hat sich kaputt gemacht, ey. Alter Schwede. Ist doch hier liegt ein brennendes Auto, ich meine. Was? Hallo. Ah, wunderbar. Ey, nee. Das ist immer schlimmer, ey. So, Weltraumfahrt. Jetzt muss es doch mal langsam ein Ende geben. Wenigstens kommt zum Schluss nochmal in die Lieblingswelt. I'm in space. Space. Ja, ungefähr. Space. So much space. Ja, komm mal nicht um die Tentake, mein Freund. Ja, mit Klasse noch einer kommt. Da ist wieder zum Pirat. Ja. Noch einer. Ich schieb nur Radio gekonnt. Wow. Das sind alles Roboter. Ja, aber so ein Roboter, Roboter. Was sind denn da, die Tentakel? Ach da, ist ein großer. Ich würde erst da rüber gehen. Genau. Was ist denn da, die Tentakel? Ach da, ist ein großer. Da ist, glaube ich, da kannst du eine Brücke ausmalen. Ach, da ist wieder unser Lieblingsvieh. Und die Wii-Mode, äh, die Wii ruckelt gerade ein bisschen. Ja, irgendwie kommt die da gerade nicht ganz so zurecht. Ja, ich will mal. Danke. Wo waren denn jetzt die? Warte, mich hier nochmal zurück, um den Überblick zu verschaffen. Da. Pass auf. Ja. Das gerade alles ein bisschen ruppelt, macht es nicht einfacher. Nein, jetzt hat er unseren Typen runtergespielt. Ne, unser Typ kämpft auch da. Oh, um was anderer. Umso besser. Okay, jetzt reicht. Komm, mach ihn fertig. Einmal noch. Gut gemacht. Ah, so. Der ist schon gesüßt, den lass ich. Ja. Hm. Da ist noch einer. Also kannst du eine Brücke hinmachen. Ja. Los. Nee, ich wusste es. Das war eine Sackfalte. Guck doch mal. Na, mach erst mal das. In Ruhe. Das ist ja auch Citronen, ne? So ein bisschen, ne? So, jetzt noch links. Was zum Teufel ist das? Ich dachte, das war schon ein bisschen schwierig von der Reichweite. Day of the Tentacle, ne? Ja. Das Gute ist, die haben immer so eine Reihenfolge von dick nach dünn. So. Hätte mich jetzt kaputt gelacht, wenn es erst der obere gekommen ist. Boah, herauf. Das war und der Letzte. Jetzt wird der Dicke in der Mitte. Ja. Dann haben wir es geschafft. Warte mal, ich habe doch gerade so ein kleines Fliegeviech. Ich kann nicht damit ein bisschen tricksen. Nee, glaube ich nicht. Ist doch egal. Komm. Da ist doch. Da ist es doch. Da ist er, ja. Irgendwie ist das schön einfach mit den Tentakeln. Ja. Nicht so frustrieren wie vor. Nicht so auf Zeit oder so einen anderen Bullshit. Und jetzt geht er rein. Ja. In die Rakete. Ich kann mich nicht bewegen. Geh in die Rakete! Ich hätte es wahrscheinlich besser gekonnt, aber ich wurde aufgehört. Ich wurde aufgehört. Hehehehe. Hehehehe. Oh, 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 oh. Okay. Das hat's ja Erfolg gebracht. Ja. Wir waren halt knapp bei Kasse, aber mit Farbe. Ja, das ist super. Ach, stimmt. Ja. Da hinten hin. Ja. Schade, dass man diese ganz fetten nicht kontrollieren kann. Ja. Äh. Wie soll man das machen? So, und dann da auf die Plattform. So. Ja, gut. Siehst du den Dampf? Schon wieder Dampf. Das muss wahrscheinlich wieder nicht sein, ne? Was, 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 was? Was, ich hasse. Ja, ich verlieh, weil ich nicht sehe, wo ich hin muss. Das ist noch besser. Da. Ja, es gibt noch vier weitere Lauf. Ich bin ja dabei. Rechts. Ich weiß. Ich weiß. Ich würde lieber zurückgehen, bevor du stirbst. Ja. Guck dir einfach mal an, wo die sind. Da sind noch zwei. Ich könnte es dir richtig noch schaffen. Wo denn? Da fehlt immer noch. Ja, da, da. Das war das letzte. Nein, es fehlen immer noch zwei danach. Hm, äh, es waren insgesamt vier. Fünf. Hm. Na egal, mach mal's nochmal. Das ist mir nicht so baden, du Sack. Du anscheinend auch. Tschüss. Das ist auch ein bisschen knapp bemessen. Ein bisschen sehr knapp. So. Guck mal. Da ist eins. Da unten. So, jetzt lauf. Da ist eins. Dann direkt daneben. Da noch vier weitere. Da ist eins. Noch drei da hinten. Da unten. Da unten sind noch zwei. Und da oben ist noch eins. Das kriegen wir hin. Komm. Nee. Doch, da ist noch eins. Und dann direkt da drüber. Los. Lauf. Jetzt links. Da. Boah. Leck mich am Arsch. Das ist ein bisschen. Ja, Kampf dem Saber, ne? Ups. Ich würde sagen, ignorieren. Oh. Das ist das Auge. Ich würde sagen, mach den einfach fertig. Aber sammle vorher das Herz oben ein, was du oben hast liegen lassen. Oder hier am Rand die ganzen. Oh. Das war jetzt das aller. Sammle Herzen ein. Ich mach glatt. Ich muss auch treffen. Es hackt wieder. Mann. Ich liebe es. wir kommen sie auch weiter hängt in der textur fest hoch ja warte sammeln erstmal an der seite alles ein damit wir nachher voll sind und es direkt aufs maul bekommen auf der anderen seite auch bitte ich sag's ja nur du vergisst das sonst das wäre nicht gut so jetzt kommen wir weiter wie war das noch den dicken einfach ignorieren und weitergehen ich dachte ja die tür wäre noch offen das wäre zu einfach sleeping beauty so dann röschen sieht man ja auch das neu nein dann röschen ist schon was älter aber ich meine hier waren wir noch nicht drachen scheiß auf den drachen lauf ja ich hab's eingesammelt waren e-tickets glaube ich ja wir möchten den unser betreten und damit hoffentlich bald das ende ja ich hab's eingesammelt